Hallo Leute und willkommen zurück zu Survival Games am Geburtstag von 2gamer.h.d. Ja, ihr wisst Bescheid. Kann übrigens sein, dass ich mal kurz angestupst werde. Also auf MTS. Tut mir dann leid. Ja ja, tut mir dann leid. Mal kurz sehen. Ja, also die Folge heute wird ein bisschen kürzer wahrscheinlich als gewohnt. Weil ich heute wirklich nur vor habe. Diesmal habe ich wirklich vor, wenn ich nicht sofort sterbe, dass ich nur eine Runde mache. Weil ich muss nur... Hey, wake up! Ich habe es gesagt. Moment, da muss ich kurz zurückschreiben. So, jetzt geht es wahrscheinlich gleich los. Oder? Oh, boah. Noch rechtzeitig echt. Immer die gleiche Map. Das gibt es ja nicht. Ok. Was soll man machen? Boah, ich... Ja, es geht gleich los und so. Ich kann auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, auf später, weil später kommt, wenn ihr den Uploadplan noch nicht kennt für heute, als nächstes, also in der nächsten Stunde, ich weiß jetzt gar nicht, um wie viel Uhr das jetzt kommen wird, aber zumindest in der nächsten Stunde kommt dann das Finale vom Battle, was leider etwas, naja, kurz war, ein bisschen tricky. Ähm, ja, weil zwei nicht da waren, ist es auch nur kurz eben gewesen, wie schon gesagt. Und zwei, die in einem anderen Team waren eigentlich, waren dann Team, glaube ich zumindest. So, gleich mal verschwenden, falls wir sterben. Obwohl ich ja eigentlich theoretisch... Und mir jetzt die Rüstung anziehen sollte, ähm, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich nicht, gut. Ich habe zum Glück Enderperlen. Ja. Ja, ihr könnt ja mal unter das Kommentar schreiben, ob euch eh nicht so viele Videos kommen. Ich meine, es sind immerhin elf Videos. Ja. Ja. Ich bin gerade übelski Damage. Moment. Puh. Kann ich nicht? Ja. Man kann da verzaubern, das wusste ich nicht. Könnt ihr euch noch auf das alte Projekt, ähm, Falldowner erinnern? Ähm, wer das noch kennt, ich würde das so gerne mal wieder spielen, aber ich weiß nicht, äh, was da los ist, ob der Server offen ist oder ob die irgendwie Server gewechselt haben, also dass er jetzt eine andere IP hat oder keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, ähm, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, weil ich will das echt mal wieder spielen, aber wahrscheinlich ist der Server wieder aufgegangen, weil sie sich das nicht mehr leisten konnten. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ist, da will man eine ganz kurze Aufnahme machen, ähm, dann stirbt man, also nicht, dass ich sterben will oder so, dann stirbt man einfach mal, ähm, nicht. Also lange nicht. Äh, dann will man mal eine lange Aufnahme machen, stirbt man gleich. Also, ja. Naja. Ja, ja. Und so. Moment, ich hab da in der Dusche nicht geschaut. In dem Dusche drin. Ah, hätte ja sein können. Und hier? Ne. Da war ich schon. Room 1. Hallo. Achso. Ja. Ich will da eigentlich gar nicht ran. So. Wie viele leben noch? Eigentlich eh ganz schön viele. Denn mir bist ja gar nicht so groß. Also eigentlich. Ist schon groß, aber nicht so groß. Wenn er das versteht. Ja. Oh. Geil. Weil wisst ihr, wieso ich eine kurze Runde, Runden, wieso ich eine kurze Runde machen will. Und zwar. Ähm. Ja. Moment. Wa. Ja. Und zwar. Ähm. So. Ich rede gleich weiter. Das passt schon gut. Ähm. Ich wollte sagen, ich mache eine kurze Runde, weil ich noch ziemlich viele, es sind erst drei Videos, ähm, hochgeladen und auch gerendert. Und mittlerweile ist es schon fast 17 Uhr. Ähm. Weil ich mache das eigentlich alles über geplant hochladen. Weil. Oh. Na egal. Ähm. Ja. Weil es eben so leichter geht, als alles dann manuell hochzuladen. Ich meine, ladet mal, ähm, elf Videos am gleichen Tag hoch. Also das ist schon ein bisschen schlimm, glaube ich mal. Next to me. Oh. Hallo. Danke. Okay. Das brauche ich aber, glaube ich, nicht. So gut war ich in Survivor Games eigentlich schon lange nicht mehr equipped. Ich weiß nicht, dass ich auch nicht mehr was über taucht habe. So gut تھate und behalte das nochmal nochmal mal vor. So gut vermutlich ist ein belieb dunkeln. Do Wolf. Ein Herz! Das war bestimmt wegen dieser Enderperle hätte ich mir aufheben können. Wenn ich jetzt jemanden sehe, renne ich wahrscheinlich weiter. Also ich hoffe, weil ich habe heute nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen, wie schon gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, habe ich heute nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich da noch in ca. einer Stunde eigentlich schon, einer halben Stunde bis Stunde schon weg muss. Und ich muss dann noch, ich meine, ich habe am Abend Zeit. Den Großteil werde ich sowieso am Abend rendern und hochladen. Aber trotzdem, zum Aufnehmen habe ich, falls ihr das gehört habt, das war Simba. Simba ist Grüße. Habe ich nicht mehr lang Zeit. Ich habe noch mal vielleicht maximal eine Stunde Zeit. Wenn überhaupt. Nein! Naja. Gut, dann würde ich sagen, war es das. Und ich nehme jetzt gleich mal das Nächste auf, was ihr heute dann auch noch sehen werdet. Ich kann euch schon mal sagen, was ich jetzt noch aufnehme. Das wäre Postblief. Ja. Wenn ihr den Uploadplan nicht kennt, obwohl jetzt ist es eigentlich eh schon, wenn ihr das seht. Naja, die Hälfte circa ist geschafft. Die Hälfte eigentlich, ja. Seht euch das Video an. Das erste Video, was heute kam, um 10 Uhr. Da war der Uploadplan für heute. Gut. Morgen wird es übrigens ganz normal wieder weitergehen mit Tagit. Und mal sehen, was dann noch kommt. Gut. Dann war es das und ciao. Uploadplan für heute. 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 Vielen Dank.